Ja, den hatte ich nämlich gerade im Visier. Oh fuck, jetzt das ist gut. Ach, Benutzer 0815 schreibt gerade, den Potestium-Block setzen und dann abbauen. Ja, vielen Dank. Das könnte klappen. Wird getestet. Habe ich es jetzt hingepackt? Oh, da gehe ich lieber nicht durch. Ne, ne, es geht sogar den Bügel runter. Ich gehe rückwärts hoch. Hoch. Den entferne ich gerade, weil ich unter Beschuss war. Das wäre ein geiler Tipp. Ja, weil da war eben einer. Hinter uns? Das ist normaler Asphalt, der Basisboden. Wer ist alles bei mir, dass wir wieder ballern können? Ich komme von hinten da nicht ran gerade. Oh Mist. Hat sich angeschlichen. Ja, toll. Wir können nichts abbauen, was bei uns in der Basis ist. Wegen Landclaim-Block. Ja, normalerweise ja, aber ich kann mir vorstellen, dass Crazy den Landclaim-Block gesetzt hat, als er vielleicht nicht mit uns befreundet war gerade. Doch, ich war mit euch befreundet. Also, ich kann da nichts mehr abbauen. Oh, hier ist ein Zombie-Bär. Soll ich ein Zombie-Bär zu denen locken? Der hat grüne Füße, jetzt sehe ich ja nicht mal einen. Mach mal, ja, mach mal. Das mit der Hedge können wir vergessen. Irgendwie kommst du nicht mehr aus unserer Basis raus, wenn da eine Hedge ist, weil die Leiter dann zu kurz ist. Ich bin aber noch weit weg. Wir müssen die Leiter ungeschützt lassen. Das geht nicht anders. Oder man muss sich hier mal bautechnisch damit beschäftigen. Ich kriege das nicht hin. Warte. Nee, das ist mir jetzt gerade zu gefährlich. Oh, dieses Kraftwerk. Was war das denn? Was war was? Was denn? Was meinst du? Äh, mussten... Ja, weiß nicht. Ich habe, glaube ich, so ein 40 Sekunden-Lack gehabt. Ich habe auf die Hedge eingeschlagen. Dann habe ich aufgehört und dann hat die sich von alleine zerlegt. Ich habe doch drauf geschlagen. Ich stehe direkt neben dir. Dann haben sie zerströmert gerade. Ich sehe dich nicht. Du bist... Wo bist du? Ach, du liegst hier auf dem Boden. Alles klar. Goro, ich komme... Ich bin gleich bei dir. Ich konnte das echt nicht sehen. Haben wir noch Holz irgendwo, dass wir die Leiter wieder verlängern können? Oder hast du eine einstecken? Nee, wir haben ja Holz. Wir haben ja Holz in der Kiste. Nee, ich bin gerade an der Tanke kippen wollen hier. Dann machen wir eins. Ja, mache ich auch gerade. Leiter. So. Ich verlängere die auch gerade. Also, ich kriege das nicht hin mit der Hedge da drüber. Ich glaube, das funktioniert nicht. Nee, nee, weil das Problem ist, dass das so abrundet ist. Wir kriegen jetzt keine Hedge drüber. Goro, ich komme von hinten an. Ich ran nicht erschrecken. Du kannst du oben draufsetzen auf die Leiter. Findest du mich mal in Ruhe lassen, Blödsky? Bitte. Ich hörte meinen Namen. Super. Wer war das? Ich komme. User 0815. User 0815 war das. Oder wie hieß der? Junge Herr. Benutzer 0815, ja. Benutzer 0815. Vielen, 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 vielen Dank. Es funktioniert super. Geil. Perfekt. Wir brauchen Shotgun-Money. So, Goro, ich bin jetzt nördlich von dir. In dem Haus. So, jetzt muss ich noch ein bisschen Kohle setzen. Dann machen wir dasselbe Problem. Gut, dann werde ich mich mal darum bemühen, den kleinen Block abzu... Den kannst du nicht ab. Oh, ich komme. Nicht erschrecken. Der hat keine HP-Anzeige. Der ist unkaputtbar. Anscheinend. Ich gehe wieder rüber. Nicht erschrecken? Was? Also, was ich komisch finde normalerweise... Ich bin unten. Der hat zumindest keine HP-Anzeige. Ist hier überhaupt mal einer von denen? Ach ja, da oben, um dem Dach. Ja, okay, dann liegt das daran, dass... Ja, dann waren wir... Ja, 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 ja. Befreundet. Das ich ihn gesetzt habe. Nee, aber dann waren wir nicht befreundet. Kandidat Priester. Vielen Dank, herzlich willkommen. Da oben liegt mein Rucksack. Mikrofon activated. Wo? Ah. Hat sich erwischt. Was? Nein. Ich habe gerade irgendwann kurz gucken. Könnte ich nicht irgendwo den Text irgendwo lesen können? Da steht da keiner drin. Sekunde. Also, ich könnte den auch abbauen. Nee, keine Message. Eine diabolische Spende von... Ich bräuchte schon mal 78, habe ich gesagt. Vielen Dank, Olli. Aber da ist kein Text drin. Kann das sein? Dass du keinen Text dazu geschrieben hast. Wenn du immer da auf dem Dach steht. Ja, ich glaube, das bringt nichts. Okay. Ich bräuchte ein bisschen was besseres als meine Hand. Ich bräuchte Support an der gegnischen Basis. Ja, ich bin auf der linken Seite vom Haus, Minjas. Und feuere gerade gegen den Typen, der da hinter dem Frame sitzt. Das ist eine sehr gute Idee. Links unten in der Base ist jemand. Ja, ich bekomme aber als erster hin. Okay. Wir haben noch ungefähr zwei Stunden. Hier ist gerne so einer mit der Armbrust und ballert auf mich. Wo? Was? Wo? Ich kann zur Zeit mich nicht bewegen. Ich habe gerade einen Bug. Der Leck. Ist das besser? Guck mal, ich tue dich. Ich muss nochmal ausschnaufen. Nicht die Reparierenden. Nicht die Reparierenden. Gut, ja. Alles klar. Ne. Bei mir hat er keine. Lass den einfach da. Müssen wir jetzt mit leben. Wer hockt denn da? Marka, bist du das? Zum Abbauen von Sachen müssen wir halt außerhalb der Base gehen. Hier drin kannst du nichts. Ähm. Ja, warte. Der einfach kann aus wenig nicht leben. Bad. Ne. Wir können es hier außerhalb der Base setzen. Ist ja kein Problem. Der Bad saß hier und hat auf dich geballert. Marka. Ging es hier um den Potassium-Nitrid-Block hier. Den konnte ich doch abbauen. Ja, ich kann den nicht abbauen. Ich kann nichts abbauen, weil Crazy zu den Zeitungen wahrscheinlich nicht mit mir bevor ich war, als er den Landland-Bopp gesetzt hat. Das heißt, ich bin hier auffeindlichen Gebiet quasi. Wenn ich mir so angucken, was du für Stummelhändchen hast, dann wundert mich das ehrlich gesagt nicht. Ja, Crazy, dann lass. Also die anderen. Keiser, bis zu den Zeitpunkt, wie ich bin in dem Haus neben der Base, wir waren Nordisch und Bad. Ich werde jetzt irgendwann diesen blöden Block mit meinen eigenen Händen abbauen, weil ich kein anderes Werkzeug hier habe. Shotgun sei Dank. Kannst du das verfernstern? Wir haben doch hier Metall zum Beispiel. Ja. Das würde doch gehen. Gut. Du bist im Haus? Ne, ich bin gerade fast auf der Straße vor der Base und guck mal, was die so machen. Und die machen gerade nicht viel. Wenn du mal Tab drückst. Da, ich bin auf der anderen Seite von dem Haus, Minjas. Dann kannst du dir auf der linken Seite aussuchen, was du herstellen möchtest. Das wäre in deinem Fall wäre das Werkzeug und eine Tipp-Ex. Aber ich würde es trotzdem begrüßen, dass du nicht weiter auf dem Landland-Bopp schlägst, weil anscheinend bin ich der Einzige, mit dem du nicht gefreundet warst. Und deshalb bin ich der Einzige, der mich abbauscht. Ja, oben steht einer am Dach. Maler, kannst du mal Steuern drücken? Nochmal Steuern drücken, bitte. Du bist nämlich bei mir am Boden. Und wenn du das angeklickt hast, zeigt er dir auf der rechten Seite an, was du für ein Material brauchst. Ne, es verändert sich nicht. Dann musst du Materialien dazu einsammeln, dann ist gut. Wer lacht denn da so? Da läuft draußen gerade einer. Jo, sehen. Wer ist mit der Pistole hier unterwegs? Ab ihn. Ja, der ist tot. Bin bei dir. Bin hinter dir. Wir haben uns bestimmt ablenken. Ah, 250 Crossbow Bolts. Ich lasse das jetzt. Ich komme zu euch und ich will jetzt mal ein bisschen PvP machen. Wer lacht denn das? Goro. Crate, der macht mich fertig, echt. Wer macht dich fertig? Crazy. Ich? Lass mich an, ich will mal an meinen Rucksack kommen. Komm, bitte. Ja. Wie geil ist das denn? Minas, rutschst du über den Boden hier in dem. Ich tarn mich. Sieht sehr geil aus. Ja, super. Ich habe mal die Base im Auge von denen, da ruht sich gerade nicht viel. Warum? Wie viel kommen da raus? Mein Rucksack ist näher gemacht. Da sind sie wieder. Ah ja. Da unten. Frag meinen Chat. Crafts. Oh, einige Silversurfers hier. Oh, schön über die Hügel. Halt ab kurz. Spitze schießen, dann sehen sie dich nicht. Oben am Dach, Achtung. Ich liege am Boden anscheinend. Ich habe einen, ich zähle gerade auf der hinterher, der ist da oben. Da unten rennt jemand. Forged Iron. Hast du? Hast du? Sehr schön. Wir haben keinen Clay mehr. Wir kennen ein Team, was? Ah, okay. Danke, Tony. Rechts davon. Er ist tot. Wir haben keinen Clay mehr, ne? Also wir können uns auch weiter kein Forged Iron herstellen. Minjas, ich bring dir sonst 35 mit oder so, oder? Was denn, 35? Forged Iron. Dach. Ja, dann kann ich noch... Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Das ist das Letzte, was wir haben, ne? An Forged Iron. Wir werden auch ohne Clay nicht mehr kriegen. Eine Schaufel wäre ganz cool, wenn wir eine herstellen würden. Die kriegen schon wieder eine Scheitante. Dann lass sie schreien, lass sie schreien. Ja, der rutscht genauso wie du gerade. Ups, die will ich aber nicht mitnehmen hier, die Kunde. Oh, jagen, jagen ist gut. Ich gehe ihn jagen, wer auch immer das ist. Wo ist er? Ich folg dir. Der ist, glaube ich... Na komm. Ja, da hinten. Denk daran, die Zombies fangen gleich wieder an zu laufen. Ja, das ist der Lockvogel. Der will uns weglocken von der Base hier. Okay, dann lassen wir uns abbleiben. Lassen wir uns abbleiben. Also einer ist uns gerade entwischt. Crazy, ich kann dir eine Pickaxe geben, wenn du magst. Die eine, die mir Minjas damals hergestellt hat. Komm mit da rein, die müssen auch irgendwie reinkommen. Da ist einer oben drauf. Die habe ich gerade repariert. Holz haben wir noch... Lass die Alte schlagen, ne? Holz haben wir dann noch in der... In der einen Kiste, ne? Über der Spiel. Wir machen die jetzt ganz bescheuert hier. Das kannst du nehmen, das Holz. Wer schießt denn da oben am Dach? Naja, hat mir schon eins in den Rücken gegeben, aber ich... Kann ich dir meine Steinachs-Löchlein hier? Okay, dann nicht. Aber ein Schuss noch, ist nicht gut. Ein Schuss noch. Ich stehe mich dann da rein. Gampau, da. Ach ja, richtig. Brauchst du mal Gampau, da? Gampau, da. Nicht, dass ich den gleichen Fehler wieder mache. Ich sitze jetzt hier und... 20 Uhr übrigens, gell? Komm mal. Leider nicht. Hoch. Wer zur Hölle schießt denn da die ganze Zeit? Ich sehe keinen Kopf, da kann man schießen. Woher sehe ich jetzt schon nur dran springen? Ja, ich bin oben und ich komme aber nicht über den Rand. Na komm, zeig dein Köpfchen hier. Das ist auch eh ein bisschen, bitte, ja? Pass mal auf, ich gebe dir mal irgendwas. Dann Powder... Gehst du mit der Pistole? Ja. Ich sehe immer kurz den Kopf. Ein paar Blöcke. Zack. Ich kann es uns hier hochbauen. Crazy. Oh, wer ist denn das hier? Ja, bin ich. Du bist das, okay, gut. Bin ich noch auf dem Boden? Die liegen hier schon. Nee, nee, du läufst ganz normal. Die sollten eigentlich reichen, aber kannst du hier noch einen fünften. Damit solltest du alles klarkommen. Oh, was ist das? Ja, jetzt gibt es Feuer da oben. Okay. Einfach bewegen. Wir haben keine Munition mehr im Magazin. Wollte ich gerade sagen, ja. Ansonsten musst du die Leiter einfach... Komm mal ran. Einmal vorspringen, springen und immer weiter geradeaus laufen. Lass sie kreischen, lass sie kreischen. Ich mache nix. Ich gehe mal ran. Das ist ein bisschen eklig. Immer alles. Das ist ein bisschen tüffig. Oh, hat er mich fast erwischt hier. Ich habe ihn. Geil, super. Hat es den Kopf gekriegt. Lass sie alle schreien. Ja, ich bin auf der anderen Seite von dem Ding. Ja. Wir haben neun Uhr. Mir egal. Wir gehen ins Haus dann dahinter. Siehst du das Haus dahinter? Also nicht das direkt an der Basis an der Ecke, sondern... Ja, das rote, mit dem roten Auto, ne? Äh, also eins weiter dahinter. Noch mehr Richtung Westen. Das kommt jetzt weg. Ah ja, okay. Da ist einer raus bei denen. Oder bist du das, ne? Du... Wie, nur drei. Entweder hast du einen vor dir oder einen hinter dir. Ja, ja. Bist du das hier? Was hast du jetzt mit der Axt? Halt, boah. Ach, zehn Gange? Oder echt? Malcry. Ach, du bist das... Oh, Alter. Ja, was? Ja, was meinst du mit Axt? Du wolltest mir ne Axt geben? Dass ich endlich den blöden Block da weg... Hast du? Ja, ich glaube. Ja, Run died, ja. Ja, der ist tot. Der ist tot. Ich kann dir jetzt eine Axt geben und er der Voraussetzte auf den Block da hinterlässt. Sonst würde ich dir meine Axt nicht geben. Das ist nämlich die einzige, die ich habe. Nein, dann lass es. Da ist so eine Axt, aber lass den Block da, bitte. Nein, dann werde ich das mit mir. Die Axt liegt hier. Nimm sie bitte auf, bevor sie... Hier ist gut. Die Kate. Wenn die jetzt hier die Straße langkommt... Ich glaube, die rennen jetzt auch nicht draußen rum. Dann nehme ich die Axt wieder auf. Bist du hoch schon? Ja, ich bin hier im Treppenhaus. Wie bist du da reingekommen? Ach, hier unten oben. Ja, über die Mülltonne und dann... Ja, alles klar. Von hier kann man schön gucken und... Ja, lass uns ganz hoch gehen. Kommen wir bis zum Überblick. Der Grylls sagt immer, den höchsten Punkt suchen. Der Grylls macht doch ethische Sachen mit einer Schlange. Aber er überlebt. Warte mal, lass uns die Klappe hier zumachen. Wo seid ihr? Ihr seid... Ich hab nix dabei. Ich hab noch ein bisschen Fortschreis. Super. Ich versuch mal zu euch rüber zu kommen, okay? Ja. Baut dann Wirtframe hin. Ja. Ich weiß nicht. Ob das gut ist, wenn ich jetzt abends draußen rumlaufe? Ich weiß nicht, ne? Auch nicht so gut, ne? Oder? Ach. Geht schon. Das passt. Ach, sagst das schon. So viele Zombies sind ja nicht. Und Hunde hab ich auch noch keinen gesehen. Warum willst du jetzt unbedingt den Block abbauen? Also ich bin der Einzige, der jetzt kein Potassium in der Basis setzen kann. Aber ich brauch ja kein Potassium-Block in der Basis setzen. Da hatte ich mich ja revidiert. Mach wieder auf Bright, Kaiser. Ich geh 20 Meter nach draußen, setz den da und baue ihn ab. Ja, mach ich. Ich weiß hier jetzt nicht, warum du jetzt gerade in diesem... Was du da nicht machen kannst. Ja, ich weiß auch nicht, weshalb du da jetzt in diesem Abbau warm bist. Und nichts anderes mehr heute den Rest des Abends machen möchte, als mir da Faust auf den Block zu schlagen. Weil ich sauer bin. Ja. Okay. Da muss ich auch irgendwas drauf schlagen. Machen wir sie ein bisschen nervös. Die sind keine, die kannst du erschießen. Meine Sichtweise ist die auf Maximum. Achso, ich hab meine auch nicht auf Maximum. Die ist auf... Wenn du hier hingehst und zwischen den beiden Bäumen, zwischen den beiden hohen Bäumen... ...auf dem mittleren Baum zielst. Du hast ja links und rechts die beiden Bäume hier, wenn du die siehst. Ja. Und dann so ungefähr die Höhe. Dann macht's plupp. Genau. Ein bisschen höher noch. Ja, oder der berechnet das nicht bei dir. Doch, da war er. Ja, sehr gut. Die werden wahnsinnig da drin. Da ist einer am Dach. Was macht ihr denn? Ins Recht. Ach ja, Nachtmodus. Genau, danke. Ja, genau. Right. Schön. Genau, Big Fossi. Das meinte ich. Das ist ja schon irgendwie fast schief. Vor allem Grasdistanz komplett runtergestellt. Grasdistanz ganz runter und Brightmodus an. Dann siehst du eigentlich sehr gut. Das ist echt krank. Das geht auch so. Gut. Ah ja, okay. Jetzt habe ich ungefähr die Entfernung. Grasdistanz. Ich werde mal ganz kurz... ...und ganz kurz mal... ...Pausebildschirm reinmachen. Mhm. Ach, die Flutisten kann ich nur außerhalb einstellen. Dann mal ganz kurz quitten. Rage quit! Rage quit! Ich mache nicht mehr mit. Puh, ist mich fast vom Dach gefallen hier. Bam! So, und jetzt lassen wir die einfach in Ruhe da unten. Jetzt noch eine Wanderhorde, ja. Oh, 1300 Frames. Die hätte ich gern immer. Würde dir so gefallen. Das ist sehr ruhig da unten. Ja, ja, wenn die da hinten so rumschreien... Sind wir da? Kann man sich gut vorstellen. WB! Nee, ich sehe nicht mehr. Also nicht wesentlich, nee. Echt nicht? Schade. Ich sehe, dass da der Lame-Claim-Block oben drauf steht. Ja, genau, das... Wenn rechts an die Ecke einer geht, den kannst du dann gut sehen, aber... ...die Bäume sind im Weg. ...die Jürer habe ich gekillt. Okay, so viel drüber muss man gar nicht halten, alles klar. Ja. Und hier hinten sieht man das Ding noch ein bisschen besser, aber... ...du, sie ist halt gar kein... So, welchen Haus seid ihr jetzt? Wir sind auf dem Dach, äh... ...in der Nähe von einem Block weiter, als die Basis ist. Ich bin durft genau auf uns zu, in dem Haus. Ja. Noch ein bisschen weiter, oben am Dach. Ja, ja, okay. Ach, so schön, wenn man so viel Schuss hat. ...die Klappe kommt. Gibt es da einen blüten Trick rein. Ah ja, hier hoch und... ...verdammt, hier hoch. Nee, wie komme ich denn... Ich bin über die Mülltonne gehüpft. Ja, aber dann komme ich hier nicht weiter ohne Woodframe. Ah, ich habe noch welche. Gut, super. Also, Sebi, ihr habt irgendwie null Kills bisher. Ich habe zehn, du hast zwei mehr. Ja. Du hast mich überholt. Ihr seid ganz auf dem Dach, oder... Okay, war auch mit Pistole. Wir sind auch am Dach oben, ja. Ja. Und nehmen die Kollegen unter Artilleriefeuer. Wo geht es denn zum Dach hoch? Das blinkt aber nicht immer, ne? Haben die nur einen Lenklemm-Lock gesetzt? Nee, nee, das ist ja grundsätzlich schon geschützt gewesen. Gibt es eine Leiter aufs Dach? Oder wie kommt man aufs Dach? Ach, ja. Alles klar. Ich mache dir die Klappe auf. Umhoch. Was möchte ich doch aber gleich mal probieren. Die Hedge ist komisch gesetzt. Ich kann nicht hoch. Ah, du kannst nicht? Okay, geh weg. So wie die Hedge gesetzt ist, kann man dieses Dach nicht mehr betreten. Ja, ja, warte. Ich habe sie dann einmal zu wenig gedreht. Ist gleich weg. Spar dir die Mühe. Du brauchst zu lange. So, jetzt komm raus. Brauchen sie eh nicht die Hedge. Das ist ein Gratsch gewesen. Alles klar. So, willst du einen Forged Iron haben, Ninias? Ja, was soll ich mit machen? Ich habe auch noch ein paar dabei. Musst du gucken. Vielleicht noch eine Axt herstellen oder eine Fire Axe oder so? Oder eine Pick Axe? Ja, kann ich machen. Gib mir. Sind die denn überhaupt noch drin? 18 und hier Holz. Mehr habe ich nicht. Ich gebe dir auch nochmal Forged Iron. Ich mache dir eine Fire Axe, ja? Anweisung aus der Regie. Regie? Regie? Ich schalte dir das Bild wieder an. Achso, ja, richtig. Das wäre eine Idee. Du hast das Bild alles geschaltet. Ich bin sofort wieder da. Ich muss mal ganz schnell ans Telefon. Microphone muted. Kurzer... Kurzer... Stopp, meine Lieben. Bis gleich. Habt ihr irgendwie andere Waffen. Fall im Bogen. Ich sehe da hinten die Spielern. Die sind auch nicht draußen. Die sind auch nicht draußen. Wir haben sie nur behakt. Wir könnten die in die Hütte mit Woods-Bikes vorlesern außen. Ja, ich habe welche dabei. Ja, lass uns vorgehen. Los, wir gehen rüber. Hast du genügend? Wie viel hast du? Äh, 56. Na, das ist nicht viel. Das reicht. Ja, nee, nee. Das ist ein bisschen wenig. Warte mal. Kann man, Maximum sind 18, die ich machen kann. Das sind aber Stacks. Also ich habe drei Pipe-Bombs dabei. Aber auch nur drei. Weil die brauchen halt zehn Gunpowder. Drei Pipe-Bombs hätte ich dabei. Okay, da kannst du ein bisschen... Naja, als Überraschungsmoment. Ich crafte noch. Und du fängst an zu setzen. Und ich beschütze dich. Okay. Hey, Omega. Das klingt gut. Okay. Hier ist jemand drin. Hier ist jemand drin. Ich. Ach, crazy. Bin ich fast erschossen, crazy. Sag doch was. Stimmt, cool. Junger Mann. Hier ist noch ein Rucksack. Oh, hier. Will jemand Klamotten von der roten Fraktion haben? Hier ist ein Bandana. Und eine Hose. Und eine Jeans. Crazy? Ja. Hier draußen liegt ein Rucksack. Hier, Welch, nimm mal das hier. Nimm mal die Axt vor mir. Ich leg's in den Rucksack. Äh, wo ist die Rucksack? Ach, da. Äh, da. Äh, da. Die 10er-Feierecks, ja? Okay. Ja, ganz viel Klamotten. Oh, oh. Die nimmst du erst mal auf in dein Inventar. Das sieht bei dir aus, als würdest du da irgendwas experimentieren. Und wenn du die hast, wenn du die aufgenommen hast, kannst du, wenn du mal Tapp drückst. Denk daran, Schwarzpulver, ich bin Feuer mischen, das könnte sein, dass es jetzt probiert, ne? Das war ich direkt unter dir. Dann könnte ich die Klamotten ausziehen. Das war mir klar. Ja, genau. Du wechselst und per Drag & Drop einfach rüberziehen auf deine Figur, weißt du? Ja. Da ist eine Tante davor. Aber nicht, dass sie mich dann, äh, ich glaube nicht, dass man das auf die Entfernung... Achso, wir, wir greifen dich auch so an, hast du ja eben gesehen. Ja, genau. Soll ich die Tante wegmachen, oder? Nee, lass sie da, lass sie da, lass sie da, einfach kiten. Okay, mach ich das. Ich versuche jetzt hinzugehen. Hier ist Licht. Ist einer, äh, am Gebäude... Okay, vergiss es, ich kann hier nichts setzen, weil die Landclan-Block haben. Ach, es geht, du musst ein bisschen weiter entfernt. Äh, ja, kann ich jetzt nicht, die Ladies sind dann hierher. Das ist das Problem. Renne, 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 renne. Achso, okay, warte, ich komm zu dir. Ich hab gleich keine Ausdauer mehr, das ist das Problem. Ich muss dir jetzt entgegenkommen zum Haus. Ja, komm mir entgegen, komm mir entgegen, komm mir entgegen. Komm mal, siehst du mich auf der Straße? Komm, einfach in die Straße oder um Richtung Basis, alles klar. Passt. Oh, die ist schnell. Ja, eben genau, die ist schnell. Jetzt hab ich, ich hab Agro. Ich wollte eben gerade fragen, wer, äh, wer von euch hat jetzt Licht angemacht und wieder aus? Die Sonne geht auf, komm, setz die Spikes, komm mit. Ja. Ich hab schon vor dem Ding, hab ich schon eine Menge gesetzt. Komm mit auf die Seite, komm mal, ich hab schon einiges gesetzt. Wenn du drüben noch setzt. Ich glaub, aber da, wo der Landclan-Block ist, kannst du heute nicht setzen, aber mein Gott. Versuch mal weiter rüber zu setzen. Was hab ich verpasst, was hab ich verpasst, was hab ich verpasst? Äh, weiter rüber, mein Gott, äh. Ja, genau, in die Richtung, aber jetzt geht's so weit zurück, bis du setzen kannst. Ja, ne. Ich beschütze dich. Microphone activated. Genau, so, ja, ist wunderbar. So, re. Doppelreich. Seid ihr da unten? Ist ihr echt da drin und warten? Seid ihr beiden von der, seid ihr beiden von der, seid ihr beiden von der Base? Ja, wir sind an der Hütte, genau, komm runter. Komm mal. Wir setzen Spikes. Ähm, sagt mal, ist einer von euch irgendwo, also bei uns in der Nähe von der Basis mit Licht? Nö. Nö. Nop. Okay, dann haben wir sie jetzt bei uns. Und das ist genau im Kino, sind die jetzt drinne. Da sind die wahrscheinlich nebenan irgendwo gespawnt. Ja, sind die da gar nicht drin. Aber dann kommen sie auch so nicht in ihre Basis, das ist ja auch was Nettes. Ja, doch, sie müssten, sie müssten die Dinger hier halt, oder mit Woodframes drüber, ne? Da können wir ja noch ein Momentchen warten, ne? Kommen wir da nicht irgendwie dran, können wir nix setzen bei denen? Doch, doch, wir setzen ja grad Spikes. Auch so ein Woodframe, um da rein zu hüpfen? Ne, ne? Jupp, viel verpasst. Weg da, Vorsicht, Vorsicht! Ich glaube, ich färf zu weit. Boah. Was? Was war das denn? Du beklopp da. Das erinnert mich an so eine Szene aus. Hast du dich getroffen, oder ist das einiger? Ne, 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 ist alles gut. Run bei uns. Da ist einer am Dach. Oh, jetzt kommt jemand raus, jetzt kommt jemand raus, steht auf dem Dach. Ja. Ich sehe sie. Was ist drauf? Scheiße. Ja, die sind schön, die... Scheiße, hab mir erwischt, hab mir erwischt. Hab mir erwischt, hab mir erwischt. Wärst du mit der Pistole unterwegs? Ich nicht. Oben am Dach. Oh, oh, oh. Das sind Gegner. Schiete, Giete. Ah, ich bin tot. Ich bin leider gestorben. Sie haben mir einen Röcken geschossen, die Schweine. Boah, die sind auch oben. Die sind auch oben. Aber die sind aufgewacht. Sie sind aufgewacht. Das ist auch schön. Ja. Ist jemand... Also, die kommen rechts vorm Hügel. Ist tot. Die kommen rechts vorm Hügel und... Auf dem Dach jetzt. Das ist gut, ey. Und auf dem Dach. Hab ich doch. Ist lustig. So, okay. Geile. Ich muss noch weiter, ähm... Liebe, hack mich. Ihr braucht Hilfe. Komme. Starte bei uns gerade. Das ist das Problem. Nein, ich bin tot. Ah, fuck. Ich wollte auf das Bett nebenher. Wer ist denn da im Kino? Oh. Ich bin hinter der Basis gestorben. Ach, ich renne hier durch die Spikes, ey. Voll Profi. So, wir machen jetzt mal folgendes. Ich stelle uns jetzt Schießpulver her, okay? Moin, Benni, grüß dich. Ja, gerne. Schießpulver wäre total genial. Mach das sicher. Für explodierende Crossbow-Pfeile. Äh, äh, ähm, was? Wenn, wenn der so bing macht, dann schieß ich da nicht. Nee, dann triffst du die, die Wand, die schützt es durch den Landclaim-Bank. Vielen Dank, Benni. Minja, ist mir hinter dir. Ich bin ein Pro-Loop. Also ich renne nackig, gell? Ich hab nix dabei. Ich hab nur meine Waffen. Ich weiß. Die Waffen meines Mannes. Was? Nein. Ey, hast du auf mich geschossen gerade? Nee. Oh, das ist losgegangen. Das tut mir leid. Ihr wisst schon, wo der Feind ist, ne? Nö. Nee. Da meint ich ja nur, wenn ihr so euch gegenseitig schon abschießt. Ach so. Naja, das ja. Wer solche Anführer hat, der braucht keine Feinde, sagte mal einer zu mir. Das stimmt. Ich wollte gerade mal gucken, ähm, wie spät das ist. Hast du Tabletten und Dings dabei? Ja, brauchst du was? Nee, nee. Dann haut die Tabletten rein und dann trinken und dann wieder weitersprinten. Ja. Glück, glück. Oh, was hab ich denn jetzt? Moment. Oh, ich hab dich immer noch nicht. Ich hab elf. Wer ist da im Kino? Elf? Wie beruhig ich denn jetzt? Hab ich irgendwas noch gerissen? Zwölf immer noch. Ach, verdammt. Wer ist im Kino? Ich nicht. Vermutlich sind die im Kino. Original von Bed in Trouble kommt bei mir im Chat. Minja ist die. Seit wann kann der so gut spielen? Ich hab mich nur verstellt, sorry. Letzt oder vorher? Ja, genau. Jetzt ist jetzt... Ah, Dicker. Ähm, ja. Von Ivy kam aber... Ivy hat aber auch schon geschrieben. Sie wundert sich, dass unser Team so gut abschneidet. Gut, ich kann für mich sagen, ich mach nichts Vernünftiges heute. Wann ist bei uns drinne? Im Kino. Run? Im Kino. Im Kino ist egal. Wir sind... Ist Run bei uns drin oder ist Run im Kino drin? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, Hühnchen würde ich mich jetzt freuen im Warnleben, aber... Ja, ins Kino kann er ja rein. Wir haben doch gar kein Kino bei uns nebenan. Doch, doch. Genau der zweite Block. Ach, doch da. Tatsache. Ah, da ist Run drin. Okay, gut. Gut, dann... Hm... 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 Naja, der hat ja... Der junge Herr hat ja eine Shotgun. Hat jemand Papier von euch irgendwo gefunden? Geben wir eine Kurve, Kaiser? Nein, oder? Ja, hier durch das Verbrannte. Ja, ja, ja. Hat jemand von euch Papier gefunden? Nee, ne? Nein, leider nicht. Wenn, dann liegt es irgendwo in der Pampa, weil ich ja schon ein paar Mal gekillt worden bin. In der Pampa... Okay, ich weiß, wo ich Papier finde. Die Buh-Clan, oder? Waaah! Ja, Apartment-Haus, ne? Du gehst jetzt einfach rein. Fertig. So. Die laufen immer noch auf ihrem Dach rum. Ja, wir kommen jetzt von... Ja, wir kommen von hinten. Genau. Die sehen uns aber auf die Entfernung. Osten. Wenn sie das gemacht haben. Hast du geschossen? Nein. Äh, Leute, die sind jetzt genau ein... Ihr seht doch, ne, gegenüber doch von uns das Gebäude. Und wo meinst du? Wir sind an der Basis. Die sind direkt, die sind direkt bei uns. Direkt an der Basis gegenüber von Haus. Irgendwas schießt hier. Ich weiß nicht, ob die auf uns schießen, Minjas. Ja, aber dann kommen wir durch den Wald durch. Irgendwas schießt hier auf uns. Was er sagen möchte, ist, die stehen gleich bei uns in der Base. Okay. Nicht so lange bin ich noch da. Irgendwas ist hier am Ballern. Minjas, warte mal kurz. Also, ich denke mir mal, dass er das meint, ne? Oder? Malkas? Ja! Shit! Wie sieht's aus? One kommt hier mit einer Pistole auf uns zugelaufen. Irgendwas hat die gerade geschossen. Da unten sind sie. Richtung West... Ja. Da unten. Richtung West. Das rote Auto. Wenn du das rote Auto guckst, da sind sie. Da unten am Boden. Einer ist hier unten am Stein. Direkt vorsichtig. Dringend Clay sind sie... Zack, hab ihn. Hast du ihn? Ja, einen hab ich. Alles klar. One kommt hier mit einer Schotgang. Die sehen alle silbern aus, echt. Du musst einmal tappen. Ja. Zack, zack. Wunderbar. Da sitzt immer noch einer am Dach. Was heißt hier und da? Ich muss mich jetzt anziehen. Komm mal bitte. Bei uns in der Basis sind sie. Achso. Wir sind jetzt bei uns in der Base. In der Base. Ja. Boros-Shotter hat er gesagt. Lange und die sind gleich drin. Weil Shotgun ist... Halber Liter, Ela. Okay, ich bin jetzt eben gerade nach oben geflogen. Aber die Spikes ist bei denen, das war eine gute Idee. Ja. Das steht da in einer Ecke, an der Hausecke, siehst du, ne? Auf dem Dach sitzt einer Minias. Ja. Ich kümmere mich um den Zombie. Mach den weg. Ja. Da ist noch einer am Dach. Das Problem ist, ich sehe nicht, ich sehe nur die Schüsse. Aber ich sehe den Spieler nicht, der da schießt. Das ist das Problem. Habt ihr nicht? Zombie ist platt. Jo, super. Die sitzen beide in einer Ecke. Kann ja sein, dass die Pistole nicht so weit reicht. Ja. Ich sehe sie nicht, wo seine Ecke sind. Der ist genau in der Mitte jetzt. Die stehen direkt am Rand. Drei Stück auf dem Dach. Und durch diese blöden Woodframes haben die eine sehr kleine Hitbox. Wer ist gestorben gerade von uns? Beikauf. Ich sehe sie ja. Hast du eine Shotgun? Schießt du mit Shotgun hoch? Ne. Run, aber ich hab ihn beinahe erwischt. Au. Wo ist Run denn? Oh. Hinterm Haus. Wer denn, wer denn Trouble? Klingt genau. Der ist war tot. Der war tot. Rechts, der ist hoch. Ja, ich sehe es. Aber den Kopf zu treffen, boah. Also. Das hätt ich gern. Velcro, er sei eine Dynamitstange. Das wär ein Spaß. Ja. Oh, den hab ich erwischt, glaube ich. Den linken. Ja, du hast ihn erwischt. Der steht, ja, ja. Sauber. Perfekt. Da hinten ist noch einer hochgekommen. Sieht aus wie nordisch. Das erkennst du auf die Entfernung. Der hat keine Haare. Ja, ja. Oh, jetzt trifft er mich hier auch. Assi. Kuro, schläfst du gerade am Haus rum, ja, ne? An dem Apartmenthaus. Sauber. Ja, Kuro, rechts, ich link. Hast du auch getroffen. Alles klar. Moment, und wer... Moment. Wer ist denn jetzt... Wer ist das hier? Ich sehe... Ach, Digga, du wirst doch nicht mit der Pistole nicht auf den Treffen. Das glaube ich dir nicht. Wer ist links? Ich schiefe es mal auf einen. Also, ich sehe zwei auf der rechten Seite. Mann, ich sche speaks mit dem Treffen. Ich führe dich nicht mit der Lokắm, er weiß nichts dabei ist. Ichüss außerhalb.